Und damit herzlich willkommen zurück zu Division. Ja, wir sind wieder zu dritt unterwegs und wärmen uns gerade ein bisschen am Feuer auf, weil wir natürlich wieder im Modus Survival unterwegs sind und ja, versuchen natürlich weiterhin zu überleben. Wir können ja gerade mal die Zeiten checken. 36 Minuten. 38. 34. Jetzt wird's langsam. Ja, jetzt wird's langsam, Tricky. Also du brauchst als nächstes was auf jeden Fall. Medikamente. Ja. Das ist, würde ich jetzt sagen, ist der letzte Schlupf zu Medikamente. Schauen, wenn's gelootet ist, Hammerpech, müssen wir zu einem Unterschlupf gehen und schauen, dass wir uns was bauen können. Am besten natürlich gleich die beiden Filter. Und wenn nichts, wird eng. Mit 38 Minuten, ja, 34. Wo laufst du jetzt noch hin? Zum Unterschlupf oder wo? Ne, ne, Pharmacy. Die ist direkt hier. Ah, es sind Gegner da. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ich hab ne fette Lootkiste gefunden. Oh, ne MP-SAM, die nehme ich mir statt den Vektor. Sie ist aber echt, also, leicht. Gegner, wenn du jetzt aber nur zu zweier gucken. Noch. Ah, hier sind Medikamente. Könnte man dem Wolfi geben. Ja. Brauchen zu drängen, als wir. So. Das sind noch Wasser. Ah, MP-7. Wasser. Wasser, ja, genau. Direkt vom, dem Automatentudel. Ich bitte. Checkt mal ab, ob ihr Hunger oder Durst habt, na? Jo, alles Gute. So. Es ist eine einzige Medikamententasche hier drin. Wow. Really? Ja. Ah ja, die Looter waren gründlich. Okay, ich check aus. Wir könnten nach rechts zur Polizeistation. Ah, da ist nochmal ein Medic. Ja, gerne. Haben wir vielleicht auch mal nochmal eine Chance geben. Medikament, okay. Das war das, was ihr gemeint hattet, ne? Genau. Dann lass ich mich gleich rein. Jetzt kommt noch eine Polizeistation, dann müsste nochmal eine Medic kommen. Also wahrscheinlich wieder eine Apotheke und dann kommt direkt ein Versteck. Da sind nochmal Werkzeuge mehr drauf. Ich komm mit. Ah, eine Ganatentasche. Und eine Brandganate. Aha. Was ist ein Gegner? Was hab ich denn? Was hab ich denn dabei? Feuer. Ne, nicht weiter. Rot. Rot. Nein, das ist getroffen. Oh, hier ist die Tüste. Ein Schocktraumerpanzer mit Waffe. Kann ich nicht brauchen. Keine Fähigkeit brauchen. Oh, Lina. 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 29, oder? Ziehen, 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 ziehen. Rot. hier ist ich wollte schaue dir mit dem Haus die Papi Panzerplatte und ich habe Energie kein Dienstgebäude dann nehme ich mal alles mit ich naja kannst du erleben hast du denn genug Materialien schon? ich schätze hier ist eine Polizeistation hier komm mal rein hier komm mal rein guck mal hier nach der volle Polizeistation ach du auch lol was ist denn hier willkommen in der Polizeistation achso wir sind in der Polizeistation wow wie viele Missing Zettel hier sind mit dick rig lol alles klar viel Spaß alle Erden die Fernbedienung ins Maul gestoppt ich habe die Bombe zerschossen keine Angst ah ist die Kiste drin ah sexy ich öffne die Tür ich öffne die Tür jetzt geh mal nach oben ein Erster Helfer Panzer mit Helfer äh mit Heal Violett Leben könnte ich schon brauchen warte mal warte mal es piepst da? ah da piepst das guck mal ob du einen dieser zwei hier brauchen könntest ja hier ist Wasser äh alle beide alles nicht was piepst hier auf jeden Fall eine Bombe piepst da hier ist ein Brustpanzer mit äh Schock also mit Energie ich brauch's nicht äh ich höre ich nochmal hin konnte man da auch noch irgendwo nach oben oder nicht? mhm ne wir brauchen ja nicht ich nehme es trotzdem mal mit äh ich hab Gegner gefunden so oh oh steht hier ist ein Mg ach das bist du oh hast du mich erschreckt alter ich dachte ja ich hab ja gesagt da sind Gegner Achtung vor dir Lelander zwei Stück lag grad nach hier macht das ja schon ne kommt mal raus Ska H mit dem wir sind der ist in die Station rein oder wo ist der hin? da ist er ach ja hier ist eine Ska H Scharfschützenweg nochmal leben ist ja gut hier hab ich ne Cargobose braun ich hab minus 14 Wasser ich hab auch minus 14 braucht ihr Wasser? ah ich brauch Wasser uuuhu eine RPK ein Mg und hier ne Kappe würd mir die DMG statt der MP nehmen weil die MP ist wirklich furchtbar kannst du machen die Mütze brauch ich nicht äh was war mit der Militärvision Ska H äh so Scharfschutz wenn es keiner nimmt dann nimm jetzt ich auf jeden Fall ich werde tun ähm kannst du mir die MP dann geben? ja kann ich dir geben ähm ähm magst du die MP oder die Vector? je nachdem welches mehr Schaden macht äh die macht mehr Schaden äh SPS macht die Vector mehr die Vector ist außerdem eine MP aber danke ja weiß ich was braucht ihr davon nichts mehr was hier liegt äh Kappe ich hab minus 14 ich weiß nicht wie's bei mir auch statt ich muss jetzt nur noch ausrüsten schnell 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 aussehen mit mit kurz F drücken und T das habe ich wohl damals aus außen deswegen ja lass mich schon checken wo ist meine Kappe hier ist noch ein Point of Interess hier ist noch ein Point of Interess ich hab gar keine Kappe auch deswegen äh ne ne nicht weniger los äh ja minus 16 hab ich jetzt bei euch so ich tiger jetzt mal schnell zum nächsten Point was habt ihr? vollständige Infoaktion shit ne ich meine hier oben rechts also in Temperatur minus 14 minus 14 minus 16 na schau ja die Kappe hat das auch nicht ausgelösen Gegner Level 30 mit Panzerung Lilla jo ich gebe gleich eine Headshot oh verdammt komm schon los geht hier meine Haft liebe Schweine da war nur einer eine Schnellsturmmaske mit Leben Felix bist du? ok ach ich will den Leben ist zu ungewohnt doch ist hier ich nehme mal hier ist ein Schmerzmittel wie sieht es bei euch aus ich habe äh 31 Minuten 36 äh ich habe ja so zeigt schon an äh 29 ja dann nimm die Schmerzplatte hin ich hab zwei Waffenkisten gefunden oh nice eine M60E4 kann ich meine M60 austauschen und ein Ersthelfer schoner mit allem Alarm Infektionsausbreitung geschafft also Halfter äh 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 blau mit äh bisschen mit bisschen Leben und ein bisschen Energie ja dann nimm du das sind ja dann nimmst so da gelbe Items drin oh nice okay so das nächste wäre der Point of Interest die Straße direkt die Straße hier äh zwei zwei fertig dann kommt jetzt eine Versteckung jawohl alle beide nebeneinander auf den Spaß haben nein alles klar sehr schön dann können wir auf zu brennen äh nochmal umgehen zu jetzt bloß nicht nachlassen da ist mir hinweg zwei Stück gerade ja haben wir gelootet so Polymer Panzerwester und ein Sky-Edge Militärversion Lilla beide nimm mich gerne wenn es kein anderer nimmt äh Knieshow noch mit Fähigkeitsshow stärker äh blindern anlegen der Holster hier hat Energie und Schaden äh den kann ich nicht brauchen ok bei mir ist der Neutraler warte ich guck mal untersuchen Energie und Schaden Dunia 1 ja warum nicht anlegen ne dann nimm du und man merkt sich schon wieder die Anhalt also die Haltung am Sub-Innen oder? hier ist auf jeden Fall nochmal ein Medic Posten der ist Warnung Infektionsgrad nimmt zu da ist ja ne ne der muss hier sein echt schwer die Karten teilweise zu lesen hier da ist ja auch noch ziemlich nah Infektion schreitet voran Daxon auch schon und deswegen sind die Gegner auch durch den Lilla kann auch sein dass hier einfach mein gelber lang spaziert hm hm wo sie hier rechts neben einem Versteck soll nochmal hier bei der Sierra und vielleicht nochmal Medikamente finden aber ja guck an oh shit schwere Sepsis 33 Minuten hab ich noch ich 28 du ich habe 28,20 äh du hast das Medikament du hast Schmerzmittel noch nicht genommen doch hab ich ja dann hast du gestoppt ne ja also auch keine Wirkung mehr hier sind noch mal eine Sprit für euch Kerntemperatur ist unter den optimalen Wert gesunken aber dann sollen wir das Felix hier nehmen ja dann nehme ich die dankeschön ich nehme mal ein paar Ambulanzwagen vielleicht liegt hier nochmal was ja ausrüsten direkt mal nutzen Perfekt Alarm Infektion vorläufig gestoppt ne vielleicht aus vielleicht noch aber ja eine halbe Stunde ist zu schaffen das kann ich glaube ich dagegen sein oder nicht kann man machen wenn wir jetzt Glück haben und die richtigen Gegenstände haben dann ist es machbar wenn wir Pech haben wird es schwierig Körpertemperatur sinkt unter den normalen Wert auf jeden Fall ist da vorne ein Gegner ah ne er ist ein Busch sorry ja wenn man einen Busch dagegen hält was nicht ja es ist auf jeden Fall Zeugs noch Karl so auf ist es leer warte warte bis gerade in den Wobbeide so wir laufen mal zum Versteckchen mal ne schluff guck mal ich schau mal ob ich schon irgendwas bauen kann wir haben Kerntemperatur abfalle in Tart steilig ist so gemäht in die Tür komm ein bisschen langer ist es jetzt eigentlich noch wow ich bin ja in einem riesigen Kino gelandet ich wollte gerade sagen du bin weil du unterirdisch bist ja alles irgendwie so ein Theater so ein Theater war alles so eine Vorstellung aufgebaut wo du sie deportiert oder wie oder wo du das ganze Ladesküle oder wie ja einen kleinen Ladesküle hast du jetzt da links ja genau ich würde fahren ganz wichtig ist der einfacher Virusfilter der ist nur wichtig der kann ich herstellen auf jeden Fall ja alles fertigen am besten auch den hochentwickelten sofern es geht ja ich verstehe mal blauer Stoff brauche ich das hier äh da brauche ich Stoff oder ich kann mal herstellen kannst du auch kombinieren ne wenn du grüne hast kannst du ein blaues draus machen und so voll stück da hat sich die Maus bei mir schon den Faden abgebissen also ich müsste jetzt den hochentwickel aufbauen können ja ich gucke jetzt mal ganz kurz Koppe dann den Koppe bauen ok dann kann ich beide bauen also an Fähigkeiten kann ich höchstens den Puls bauen ach warte ich bin ja gehirrissig ich hab doch Sachen zum zerlegen erst den Hilfsposten werde ich mal machen ne ja ja ich zeig dir mal das ganze Zeug was ich hab erste Hilfe soll ich auch erste Hilfe machen ja das musst du wissen ob du die Granate benutzen möchtest meintest du Max ja nicht so deswegen naja ne wir müssen überlegen was brauchen wir denn alles du nimmst oft das Schild und das Geschütz was äh würde Felix nehmen das ist eine gute Frage ja das Schild kann ich jetzt leider nicht nehmen weil ich nicht genug Werkzeuge habe ja ja evtl kann ich dir was droppen dass du es zerlegen kannst Werkzeug bräuchtest du Mods ja shit ich würde die erste Hilfe ich würde einfach die erste Hilfe nehmen wenn ich so starke Fähigkeitsstärker oder Geschütz irgendwas was halt entweder schaden oder heal ja ich würde jetzt als erstes mal den Impuls Geber nehmen dass ich wenigstens etwas habe ok dann ich nehm erst die Hilfe einfach ja ja hättest du auch Geschütz nehmen können oder ja hätt ich auch können ja hätt ich auch können ne hätt ich nicht nehmen können ok hab ich zu wenig Waffenteile aber ich könnte ich könnte ich hab alles mal zerlegt was ich nicht brauchte ähm so mal dazu mal gucken was ich denn für Fähigkeiten wo macht ihr denn die Fähigkeiten hm auch dort in der Herstellung ja Technologien oder wie ja ja was werden denn für mich gut kommt doch mal mit was du spielen magst he he kommt doch mal mit was du spielen magst ja ja das auch das klar kannst du zum Beispiel ein Schild bauen weil du bist es ja jetzt schon gewöhnt von dem Schild äh 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 oh Werkzeug 3 dann machen wir das nochmal wäre selbst das 28 Minuten ja wir müssen die Darkzone halt rushen ja ja jetzt wissen wir ja wenigstens dass wir einen Division Tech direkt von der hinkriegen von der Kiste mit der Virustatica drin haben wir ja wenigstens rausgefunden ja wir müssen auf jeden Fall oder mobile Deckung ne Schild Schild ist wahrscheinlich besser oder ja wir machen das mal wir müssen auf jeden Fall mit dem deswegen wollte ich mich vorher absprechen was wer macht und so aber das ist jetzt auch egal ähm gut mal gucken ob ich noch wie ich Schütze herstellen kann äh ne kann ich noch was herstellen was Wester angeht Petronik Teil kann nochmal gucken Ups Leute jetzt bin ich aus der Sendung getrunken logische ja ja auf jeden Fall auf jeden Fall ja ja wie ist das oder weg Da ist ein bewusstloser Spieler zwischen uns und dem Darkzone-Eingang, ich guck mal da schnell hin, ob der irgendwas getroppt hat. Zwischen uns und dem Darkzone-Eingang? Ah ja, da unten, durch solche Spieler. Ich guck da mal schnell hin, weil bei mir läuft die Zeit langsam weg, ich hab noch 24 Minuten. Ja, ich bin eigentlich fertig. Ich hab 6 Minuten, oh ja. Wie sieht's bei dir aus, Felix? 26, 44, aber das läuft. Ah, ich mein, mit der Zeit. Ja, 26, 44. Nein, ich mein... Wie meinst du mit der Zeit? Wie, wie du fertig bist. Ach so, wie fertig, ja. Körpertemperatur sinkt. Ich bin schon unterwegs, ich laufe gerade in der. Ja, alles klar. Äh, was hier, trinken, trinken, trinken. Das ist wichtig. Er ist halt direkt bei der Darkzone gestorben, wenn man Glück kam, hat er vielleicht irgendwas getroppt. Ist eigentlich bei irgendjemandem von euch gestanden, dass schon einer in der Darkzone drin ist? Mh, nein. Ja. Ich hab' Gegner gefunden, zwei Leilander. Ich frag, dass ihr da seid dafür. Ja. Aber eine Schockgranate, das könnte doch sehr praktisch sein. Ah ja, hier ist er gestorben. Liegt noch Loot da. Vollgranate ist raus. Sehr schön. gehe stre건, Gefahr! Ah, das ist mein Schild total aller guten Abletzung. insofern und die und mehr gut gelaufen wir haben eine Daxon ja vielleicht finden wir da noch irgendwas an Medikamenten oder so ich hab jetzt schon einige Schwere gemacht oder so Daxon Daxon Gold ja das ist ein High-End-Gebiet wir sind sagen wir mal medium-equipped wir könnten es schaffen das ist aber keine hundertprozentige versprechen wird sich nicht noch aufwärmt? ich bin voll warm ich kann nicht ich brauch keine Wärme ich hab mir Klamotten gepastelt dass ich warm genug bin ja dann holen wir uns gehen wir uns direkt zum Weg zur Virustatik da ne waaah das darfst du schon wieder aufgehen lecker Virustatik wird geordnet und markiert die Arme ja dann wo unser Ziel ist hier die Straße drinnen dann da unten links also nächste links und dann eigentlich nur geradeaus ja dann kann ich mal hier oben entfernen ja was? Gegner? ich hab nicht ich bin unterwegs eine wird oben gefunden warte mal hier sind Medikamente vielleicht ne ist auch schon genotet oh oh der Virustatik die Sepsis wirkt schon ich höre schon Sounds verzerrt er 23 Minuten hab ich noch ne das kann der Wege der Hunter sein das wird zerrt er oh warst du? ja ich hab's auch gehört ich hab 22 Minuten ja naja das könnte tatsächlich ein Hunter sein hier ist auf jeden Fall ein Toter ich stell da ne Gegner vor uns 3 Stück ja jetzt hab ich auch jetzt den Anfall für die Bergung nötige Signalpistole nicht gefolgt ohja soll man so platt machen oder weiter? wir können versuchen ja wir können so platt machen oder? brauchst du noch brav feuer mehr kann mehr vielen Dank dir hin sehr gut Upsa von hinten von hinten dankeschön rucksack schon mal schon eine reine Nahrungskonserve ne ne was das Mord mit kann man zerlegen da noch warst du? ok kannst du hier ein Einsatz machen? gegen auch? ja hinter dir loll da war noch einer mit einem Baseballschläger sorry hab ich nicht gesehen aber was auch vor uns sind auch Gegner ja loll da sind sie ja auf der Kreuzung jup steigoldene unten named holy shit ob wir das überleben wollen wir? warte hab ich nur noch eine Blendgranate ich könnte den goldenen also einen Boss blenden ich könnte auch ich hab ne Schockgranate ja mach das also ich hab Blendgranate raus ja Schockgranate Achtung granate ja ungesehen ok er hat mich im Fokus mit granate auf mich werfen ja halt nach ich setz ihn fest ju ich rache ihn längste Position ja rache ihn mit zieh zu zurück das fährt er jetzt wieder oh shit oh shit oh shit oh shit aus ihrem Team ist getroffen und bracht Unterstützung kein Deckung ähm ich versuche mich hier langsam bestimmt wir können kein Deckung wechseln hier haben wir ne aktiviert oder oh ja du siehst du es mal recht ah ok du kannst du mir konzentrieren du bist gleich bei mir jo erste Hilfe ist jetzt wenden ja zwei von zwei schickt euch jo gut gut muss gleich nachladen nachladen jo bin bereit ich setze ihn wieder fest wird fest gesessen so ich rache ihn da muss er fahren also ich flankier ihn zumindest Alter hat er viel Leben sei er bloß vorsichtig ja können wir fallen geht auf mich los ja er ist irgendwie zu den eigenen sehr gut sehr gut jawoll ja ich hab den Vision Tag gefunden und ein Überlebensbehälter wo es gerade der Andro da hat der hat versiegelt der Waffenbehälter ok ok da kriegst du dann einen versiegenden wenn wir es hier rausschaffen kriegst du dann einen versiegeligen Waffenbehälter da können Sachen drin sein außer Darkzone halt wir bauen aber erstmal eine Pistole ne Leichtfeierpistole ja die müssen wir uns zusammenbauen aber zuerst müssen wir erstmal ähm sind die Gegner wieder ich hab keine einzige Granaten mehr 5 Leute sind's ich schon ich hab Flammengranate erwischt sich nicht aus haben sie bemerkt haben sie bemerkt sehr schön oh na not it hänge sehr schön wow da ist ja noch einer hab ihn ja ich geh mal schnell die Virus-Kartiker holen ok ist aber hier nur äh mineralwasser ich kann's nicht nehmen ich kann's nicht nehmen auch nicht irgendwo der Baller da ich nehm ja noch schnell die ganzen Elektronikzeile und den ganzen Scheiß hier mit was hier rumdeckt damit ich eine Pistole bauen kann Körpertemperaturabfall entdeckt Gefahr der Hypothalmie gestiegen wir haben Statiker gesichert sehr schön sehr gut jetzt brauchen wir nachher eine Leichtpistole bauen dann könnten wir theoretisch raus ja hier kämpft irgendjemand ich komm mal mit ich geh nochmal schnell nach oben schauen ah die campen gegeneinander die NPCs ja wie viel Zeit habt ihr noch äh ich hab äh noch äh 17 Minuten ich habe noch äh 17 Minuten 17 Minuten ich komm zurück oder ich markiere uns schon mal ein nächstes Versteck das hier in der Nähe ist perfekt hier ist direkt eins in der Nähe komm wieder runter ich hab nur ein paar Elektronikzeile gefunden ich hoffe mal dass es jetzt reicht ok also Fynn und Pistole bauen musst du eine haben oder? es musst du eine haben ja aber eine Fähigkeit eine zweite Fähigkeit für dich war auch nicht schlecht ne ja ich hab jetzt Elektronik gefunden wenn ich rücker finde ich vielleicht warte mal warte mal warte mal wo Agentenbeerung trifft an ja wo ist das? keine Ahnung wirst du irgendwo markiert? ich hab den Abholbereich da unten oder? ja Abholbereich ja hin 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 dann könnten wir uns vielleicht um einiges Zeit sparen und wenn wir Dusel haben können wir die Hunter da wegrotzen das heißt Hunter sind äh sehr sehr starke Gegner die darauf trainiert sind uns zu töten wow jetzt haben wir ein Problem das heißt ähm oh shit da zwischen uns ist wer ja das sind nur Wienleiter Feuer ja das ist tot Flasche getroffen Flasche getroffen oh ne ja da wurde vom Hunter getötet kein Problem komm das mach mal da ist ein Spieler am Boden naja rechts von mir ist ein Hunter noch 30 Sekunden bis zum Start das sind 2 Hunter das sind 2 Hunter das rede 2 ich muss noch 10 Sekunden dann sind direkt die Position wechseln oh das ist nicht nur das sind 5 Sekunden Alter die pushen uns pushen Alter wie viel ist das? wow 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 15 Sekunden ja der hat ja ich stören gerade meinen Heal 30 Sekunden 60 Sekunden verbleiben 60 Sekunden verbleiben 60 Sekunden verbleiben ja der hat gelassen der ist gestorben da ich bin sicher das ist Erwa ich bin sicher das ist Erwa ich bin sicher das ist Erwa wir müssten schauen dass wir die scheiß Zielpfosten da los werden ja ich kann gleich scannen im Moment ja ich sehe sie ab und zu bitte rauf oder schieße sie ab und zu drauf Scharfschutzgewehr ein bisschen 30 Sekunden sehr schön ich kann die Heal Posten von hier nicht treffen ich gehe ein bisschen vor jetzt kommen sie kommen hier den Heal Posten 15 Sekunden Heal Posten ist down ja oh scheiße pass auf 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 oh nein alter bleib hier genau in dem Moment haben sie mich gestört sorry alles gut Achtung da links direkt vor uns ist einer Kornade einer down nach down ich habe fast gleich keine Munition mehr ok oh shit Mine die konzentriert sich auch gerade auf euch ich versuche sie gerade auszuschütten oh shit nachher oh shit aber ich fahne hier aus Heal Posten zerstört ich habe gescannt sechs Gegner gefunden wir lassen uns gerade ziemlich aufhalten ne ja boah shit ziemlich nicht ich habe keine Munition mehr ich muss weg die Zeit läuft ne es bringt nichts wenn wir die bekämpfen oder ja in der Luft uns unterwegs ja Probeschauf ist weg ja die haben aber Eitungs noch für uns oder nicht ja schon aber wenn wir nicht überleben bringen uns der Eitungs nichts ja zieh dich weg 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 zurück zurück ich bin gleich weg wie wir gekommen sind ok 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 euer Infektion zwölf Minuten noch ja genau du hast Essen leptischer Schock ja verdammter ärgert mich jetzt versuch was wird mein Gott ja ja Survival ist halt reines Glücksspielen das wird sich nicht ändern hehehe ich würde gerade sagen weil das Problem ist ja wenn du halt später in eine Lobby kommst dann liegt es in den weißen Intim ist ja eigentlich schon weg oder? ne ne wir starten alle gleichzeitig achso ok die beginnt erst wenn die Lobby voll ist das ist der Vorteil dran aber juh oh man kann halt einfach Pech haben weil einer vor dir her läuft oder so und du weißt es nicht Problem Jack ist hier vorne ich schau oh Werkzeuge sehr gut ja doch hier ist ja da direkt da ist die riesige hier ist ne Küste äh wir haben ja eine versiegelte Ausstattungsbehälter klünder das nicht danke schon ich schau bitte mir fehlt ein oh in zwei Minuten Agentenbergung also das wäre normal nicht gut das ist wieder dort das ist wieder dort oder? ja ja mal zurück oder? ja ich weiß nicht ja aber wir werden da zu dritt vielleicht und also wenn wir den helfer sind, wenn wir zu viert einfach es wird es aber bei allen der Landschaft es wahrscheinlich nicht ich habe die Pistole das ist wieder eine abholung nämlich wieder dort wo wir wo wir hin probieren wir es zehn minuten noch mal zehn minuten eine sekunde bei mir ist 940 wenn es wieder so viele sind dann würde ich aber abbrechen wir suchen uns einen anderen abflugpunkt oder schaffen wir das überhaupt noch die abholzone müssten wir ja ja wir müssten noch zu der kommen ist halt die frage wie es damit den handern ausschaut wir müssen halt einfach geradeaus weiterlaufen zu dz 02 in drei darks und so mal durchlaufen müssen zwei minuten drei minuten ist die frage ob wir die zeit haben da müssen wir überleben und das ganze aber das zeug wurde wurde nicht gelootet oder wurde gelootet was wir uns geschossen haben aber nicht sie bewegen sich nicht wie gott zwei hunter ja warte mal ich kann vielleicht eine granate werfen ich habe eine gefunden da waren genau ein visier jetzt schießt ja zu spät Komm, 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 bau doch dein Scheißschild auf. Ja, er, er. Ein Agent aus ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Achtung, ich habe noch drei Hunter. Drei Hunter. Ich kann. Da geht er nicht in Deckung. Scheiße, 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 scheiße. Oh. Ja, der hat mir meine Fähigkeiten geblockt. Komm zu mir, komm zu mir. Oh nein, Granate, Granate. Du kannst uns, glaube ich, nicht wiederbeleben. Oh, Alter. Jo. Ja, das war's. Ich habe selber keine Packs mehr, aber ich bin down. Ja, das war's. Oh, Alter. In kürzester Zeit, der pflückt. Ach du Scheiße. Unser Schock, Alter. Was sind das bei den Typen? Den ersten Versuch zu dritt. Verlegen verlassen, oder? Hm. Das ist leider nichts. Aber, zu den ersten Versuch zu dritt. Ja. Aber war zumindest mal ein guter Einblick zu bekommen, ja. Ja, der hat einfach die Fähigkeiten geblockt. Ich wollte gerade healen, aber... Ja, ich konnte mein Schild auch nicht mehr deployen. Hm. So. Da gibt's hier nämlich Punkte. Was haben das jetzt gebracht? Äh... Hat das jetzt Geld uns gebracht? Ja, ne? Also du solltest EP kriegen und Ausrüstungstruhen. Ja. Drei Stück unten habe ich irgendwie bekommen. Und ich werde wieder aus der Gruppe fliegen wegen einem schönen Fehlercode Mike. Dankeschön. Du Clay. Ihr seid so toll. Ich schau mal die items an. Wenn wir mal wieder rausziehen. Viele Leute versuchen ihr Weg in der Dark Zone. Weniger kehren zurück. Solltest du vielleicht am Anfang deiner Video sagen, es gibt dieses Video enthält Produktplatzierungen? Ja, ist ja richtig. Sie machen ja tolle Spiele. Wenn sie sie nicht downgraden würden und den Adcode hinkriegen würden, dann wär's ja was. Oh, man kriegt Level 30er Gegenstände. Echt? Mhm. Schau euch doch mal nach. Das jetzt... Warum kannst du's dann unter 30 machen? Äh... Bündel öffnen. Ähm... Ja, stimmt. Die sind echt bitter. Wow. Das ist mega bitter einfach. Kriegen 30er. Schau mal wieder. Also haben wir schon mal was für die Zukunft, falls wir was bräuchten. Ja gut. Aber wir haben zumindest so viele EP bekommen, dass wir ein Level ab 10 geworden sind. Ja. Das war schon mal nicht schlecht. Aber die Frage ist, wenn wir nochmal gezeugt haben, was das Gute war. Das Gute ist, das Zeug könnt ihr verkaufen. Das bringt euch Kohle. Wenn's es... Ja, das Zeug... Aber das sollten wir das behalten. Obwohl, eigentlich wahrscheinlich lohnt es sich zu verk... Zu kaufen, weil soweit sind wir noch entfernt davon. Wird sich effektiv mehr lohnen, wenn du es verkaufst. Das ist richtig. Ja, ich würd immer... Das ist wie so... Du kriegst später Set-Gegenstände. Also das ist kein Problem. Später kann... Ich hab... Ich hab mein Scharfschützengewehr gegen ein M4 getauscht jetzt. Weil das bringt ja nix, wenn ich hier mit nem Healer zu weit hinten mit dem Scharfschützengewehr rumkomme. Der M4 ist eh ne gute Wahl. Ja. Nicht alle Leichen sind in der Grube gelandet. Weil ich zum zumal, als ich die anderen sein verkaufen weiß nicht vor. Äh, das war schon falsch. Die Top-Adresse der Stadt. Erfreuen Sie sich an Manhattans besten Angebote. Dass wir dafür früher oder später die Rechnung erhalten. Ich bin Level 30 geworfen. Ja, alle verkaufen, oder? Mh... Ging's dann später besser. Warteil für diesen Abendratteln. Ich find den Radesprecher cool. Schiffgeschloss haben wir keinen gekriegt. Boah, das geht ordentlich coole, alter. Hohohoho. Ja, für den Anfangsspiel ist das dann irgendwie mehr gut. Wenn ich die shoppen gehen hier. Money, money, money. Ja, echt, ja. Da ist kein Rucksack. Boah. 62.000 hab ich mal schnell gemacht. Und es steigt noch. Bei euch sowieso gleich. Übernimmt eure Kohle. Aber... Mh... Ausstellungsvollziehbar. Halt hier auf jeden Fall. Die Sonne. Oh... Pistolekampf brauchen wir nicht. Ja... Naja, ist ja... Hektisch konnten wir das nicht angehen. Aber... Gut, wir müssen uns auch erst einspielen aufeinander. Oh shit. Er ist in Sassenzeit. Man muss doch bitte mal rummobieren. Wie das Ganze ausschaut. Und wieder ein glücklicher Kunde. Wir haben ja am Anfang das gleiche Problem gehabt, ne, Wolfi? Ja. Die erste Runde, der war auch so chaotisch. So. Ja gut, wir müssen das reinfinden, dass man weiß, dass wir das eine Aufgaben hatten. Du... Das dritte ist, dann muss man sich noch mehr absprechen, ne? Hm. Ja, wenn... Ja, wenn... Wenn man sich dann noch ein bisschen angespielt hat und abgesprochen hat, wie, wo, was, wann... Dann ist das... Ja, ja. Ja. Der Witz ist, im Solo findest du Materialien, damit kannst du einen Gegner abschmeißen. Ohne Scheiß. Wenn du zu dritt bist, hast du halt die Feuerkraft, die du brauchst, wenn du die Materialien zusammenkratzen kannst. Das ist wieder das Problem. Mhm. Zu dritt musst du mehr sammeln. Ja. Deswegen. Das ist halt der Punkt. Aber auf jeden Fall... Jetzt hattet ihr einen kleinen Implink bekommen mal, wie der Survival-Modus ist. Ähm. Hat mir auch immer sehr, sehr gefallen. Wie schaut's denn bei euch aus? Ja. Nächstes Mal schaffen wir's. Ja. Bestimmt. Dann auf jeden Fall. Das heißt... Ja. Was uns doch gefallen hat, wir sind zu der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.